Am Ende meines Lebens möchte ich noch fit sein. Ich freue mich auf mein Leben, was noch kommt! Jugend ist doch was Fersefrischendes! Das Abenteuer beginnt! Mit fünf wollte ich schon ganz gerne in die Schule kommen. Mit 30 werde ich erfolgreich und reich im Beruf sein. Da gründe ich dann sowas wie Facebook. Mit 50 möchte ich mir schon Gedanken machen, über den Tod so ein bisschen. Ich sterbe da noch nicht, aber ich möchte, dass man ein bisschen Gedanken drüber hat. Wenn ich alte Leute sehe, die helfen mir doch, dann bin ich froh, dass ich es nicht will! Mit 60 habe ich noch mal geheiratet, bis über beide Ohren verliebt. Es muss doch noch da irgendwas sein, oder... Ja! 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 Stempel! Das zeitliche Sehen! Die letzten Krügel packen! Stammfressen! Stammfressen! Die letzten Krügel packen! Die letzten Krügel packen! Die letzten Krügel packen! Untertitelung des ZDF, 2020